Team Business Auktion, erstmal herzlichen Glückwunsch, ihr seid eins der Siegerteams der Summer School 2010. Könntet ihr euch und eure Unternehmensidee kurz vorstellen? Ja, also wir sind Studenten der Ostfalia Hochschule, wir studieren alle Recht, Finanzmanagement und Steuern im fünften Semester. Und das ist Luise, André und ich bin Madeleine. Und unsere Idee ist es, ein Internet-Auktionshaus zu gründen, in dem Insolvenzverwalter ihre Vermögensmasse zum Verkauf anbieten können und über diese Internetplattform potenzielle Käufer finden können, die bereit sind, auf diese Angebote zu bieten. Ihr habt heute Abend hier gewonnen. Wie wird es jetzt weitergehen? Also wir werden, denke ich mal, auf jeden Fall die Sache an sich, die Idee verwirklichen. Wir versuchen auch Sponsoren, konnten auch eben gerade schon interessante Kontakte knüpfen. Und hoffen, dass es so gut weitergeht, halt auf jeden Fall. Ja, dann vielen Dank und weiterhin alles Gute.